Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Fitnessbox. Zuallererst, ja, ich lebe noch und nein, ich bin noch nicht wieder zurück in Deutschland. Ich befinde mich gerade noch in Vietnam. Dieses Video habe ich vor meiner Vietnamreise schon aufgezeichnet. Der Grund ist folgender, es steht das nächste große, sehr große Event an, nämlich vom 8. auf den 9. April, ist der Mega-Marsch Hamburg. Das ist wieder ein 100-Kilometer-Marsch, wo wir 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß gehen. Dieses Mal möchte ich mich da durchkämpfen mit Tobi, wo ich auch den ersten Mudmasters-Marathon im Mai erfolgreich absolviert habe. Der ist beim 100-Kilometer-Marsch mit dabei. Und ihr habt wieder die Möglichkeit, mir und natürlich auch Tobi live bei diesem Event zu folgen. Entweder über meinen neuen Twitter-Account, at fitnessbox.de oder über Instagram-Stories, so wie ich es ja auch letztes Jahr bei Dein Ostseeweg gemacht habe, wo wir auch schon die 100 Kilometer gegangen sind. Könnt ihr auch einfach bei Instagram-Stories folgen. Ihr habt sogar diesmal die Möglichkeit, wenn ihr den Hashtag 100km-Motivation, habt ihr die Möglichkeit, uns direkt auf die Strecke irgendwelche motivierenden Worte zu senden oder einfach auch unter dem Hashtag uns zu folgen. Also einfach den Hashtag verwenden und wir gucken dann bei Instagram und natürlich bei Twitter, ob ihr uns irgendwelche Worte hinterlassen habt. Wir versuchen wirklich alle Beiträge nebenbei so ein bisschen zu lesen. Wir sind ja in und um Hamburg, das heißt der Internetempfang und das Netz beim Handy wird ziemlich gut sein. Und so habt ihr wieder die Möglichkeit, uns bei den 100 Kilometern zu folgen, zu schauen, ob wir das schaffen, was wir alles essen. Und natürlich werden wir immer mal zwischendrin berichten, auch wie es den anderen Läufern so ergeht und wie viele am Ende tatsächlich die 100 Kilometer beim Megamarsch Hamburg schaffen. Natürlich wird es danach wieder auch ein Event-Video geben, wo ich das Ganze mit der Kamera dokumentiere. Aber wenn euch das schon vorher interessiert, ob wir es geschafft haben, wie es uns dabei ergangen ist, so ein bisschen die Gefühle einfangen, dann empfiehlt es sich natürlich, uns live bei dem Tag zu folgen und auch live mit zu fiebern. Wir freuen uns auf jeden Fall über viele motivierende Worte mit dem Hashtag 100 Kilometer Motivation. Also schreibt uns einfach bei Instagram, Instagram Stories oder bei Twitter mit dem Hashtag und wir lesen dann die Kommentare, während wir unterwegs sind. Das soll es jetzt auch schon gewesen sein von diesem Video. Wir sehen uns dann Anfang April wieder bei Megamarsch Hamburg. Bis dahin, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020